ARD Text im Auftrag von Funk Ja, mittlerweile interessiert es mich dann, wenn einer wegstirbt. Ich meine, ich habe 63 Stück, also ist klar, dass da mir wieder welche wegfrecken, vor allem die ersten. Ich habe es mittlerweile überwunden. Ja, ein Brunnen wird hier nicht reichen, weil hier alle entlanglatschen. Ah nein, das ist eine Wasserpumpe. Äh, geh weg. Ja, kriegst noch einen Brunnen. Den besetzen wir mit einem Nagit. Warte mal, wir wohnen hier dann, ey. Hallaloo. Äh, zack. Ha. Hallaloo. Ah nein, der ist schon Koch. Scheiße. Was macht der alte? Na, Motti. Äh, 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 äh. Hier. Hier. Na, Motti. Die, dieser Szene, ey. Aber die wohnt hier dann, ey. Deswegen taugt sie ganz gut für das. Bekleidung, Forschung abgeschlossen. Um die Situation davon zu schützen, musst du Verteidigungsanlagen errichten. Hier hast du eine offizielle Nugget-Wächterschuhe. Träge ich ihn halt vor, damit alle erfahren, dass sie in Sicherheit sind. Die Nacht bricht herein und unsere Wacht beginnt. Wir sind die Wächter auf dem Turme, der scharfe Steinblätter in der Dunkelheit. Wir sind vermutlich diese Nacht hier und alle Nächte, die da kommen mögen. Okay. Flaschenzug. Ah. Das ist wichtig. Erholung. Für die Erfahrung zu bekommen. Sie brauchen nun Unterhaltung, um glücklich zu bleiben. Na, super. Danke. Bildung machen wir mal, Nonni. Bildung ist... Holzofen. Während der Arbeiter entdecken die Köche, dass das Essen mit indirekter Hitze zubereit werden kann. Das ist ja wahrscheinlich auch erstmal wichtig, ne? Lebensmittelkonservierung. Gruppenmahlzeit. Gemeinsam Sprechen. Es wird zufriedener zu sein. Kultur. Okay. Dann erstmal das Zeug erforschen. Vielleicht bringt es uns mehr. Unsere Nuggets haben ja echt ein Hauptproblem jetzt gerade mit... allem anderen. Nabuhu. Der Brunnen da unten steht. Die müssen halt ein bisschen laufen, wenn sie arbeiten wollen. So. Aha, aha, aha. So geht ja einigermaßen alles wieder. Brunnen habe ich hier noch gesetzt. Sollten wir vielleicht... Wetterstation hier noch einsetzen, oder? Ich muss hier echt viel mehr Brunnen setzen, so wie es ausschaut. Weil die Penner, die verdursten mir ja alle. Mal Drehung. Ohne, hier steht ja einer. Da ist der Brunnen. Sollten wir hier noch einen setzen? ach was sollen sie mich nicht so anstellen hier wir sollten ich glaube ich ziehe jetzt hier noch eine farm her und hier danach für spiel und eine jahr studie dann sind die hier eigentlich versorgen weil dann ist es hier mittendrin da können die nach links oder nach rechts gehen und die sache ist in ordnung hat sich schwer verletzt im genau zu sein hat sich um nur durch einen stürz verletzt der herbst hat begonnen schwerkraft macht ein ding ich liebe das spiel man das gefällt mir auch wenn es momentan ein bisschen vielleicht ein bisschen monoton ist aber man braucht halt immer weiter und immer weiter und immer weiter und immer weiter und immer weiter das ist ein großer größer wolf da sind sie jetzt eigentlich zufrieden einigermaßen hier wird noch eine steinwerte ja klar jetzt erweitert euch natürlich wieder in die richtung ihr penner kann man eigentlich einen förster bauen ich bräuchte einen förster oder so mersel stösel göttliche bestrafung zeige dieses seltsame fenomen dass zwei nuggets auf einmal geboren wurden diese 2 in 1 spezifisation sorgt für mehr arbeitskraft diese mutation erhöht die wahrscheinlichkeit bei der geburt zwillinge zu gebären im inneren weißt du worum es dir dabei geht du kannst dieses wunder als sägen verkaufen auch wenn mehr moller zu stopfen sind aber zum glück nicht deine sorge alles klar taktisches ausweiten ein durch nugget durchgeführte studie über das innernehmen von fischen resultiert in zwei ergebnissen jede menge würdern und seine besseren betonen um fische auszunehmen ein hauch von licht nichts bringt einen nugget mehr in bewegung als ein kleiner blitz zu viel verwandeln zu viel verwandelt sie zur asche also sei vorsichtig mit seiner dosierenden nuggets mit dieser energie macht sie alle ein wenig schnell große muckis durch den einsatz von muskelschmalz haben die nuggets den wert des bodybuildings erkannt die beeinträchtigen die nugget kultur zwar ein wenig und die eher präuligen typen sind auch etwas nervig aber das ist vielleicht der wert da sie bei niederen arbeiten gut anpacken können alles klar botanik biologie krankenhaus upgrade hospital ist botanik bauernhof upgrade zusätzlicher arbeitsplatz plus einfällt geologie ach windenergie das schaut aus wie tentakel hier geht es ja noch nie weiter demnächst ich bin gespannt wie lang oder wie schnell wie lang die brauchen um das da zu machen das würde mich interessieren äh kleine fliege weg mit dir die sind halt hier immer noch alleine also wie wir uns jetzt halt in kurzer zeit total verbreitert haben von auf vier beschränkt darum bloß weil die meinen die müssen sich da komplett ausbreiten die säcke aber die farbe ist schon gut besucht hier das lagerhaus haben wir ja auch dahinter gesetzt ne ne haben wir nicht ok wir müssen da hinten auch noch ein lagerhaus hinklatschen da setzen wir es da hin das setzen wir hier hin ja ok vielleicht ein bisschen cancel wir sollten mal drehen und volle drehung äh zu viel ich will wieder zu viel wirst du mich verarschen warum kann ich eigentlich ich kann nicht in die andere richtung drehen ne ne ah so kann ich drehen aha ja super wenn die da genau einen knopf dazwischen lassen die penner schlägt dieser böse wolfer an tötet ihn tötet ihn es beten mich immer noch plus 20 an kann ich eigentlich noch warte mal das ist ein reservoarlager ich frage das was du mit all den überschüssigen wasser anfangen uh flaschen zu kann ich die jetzt upgraden oder wie war das irgendwo knallts und donnerts hier irgendwo knallts und donnerts hier ah dahin ja das ist ewig hui hui was war das hä war das das da ich hab keine ahnung gehen wir mal wieder nach hause äh wachsend sein wäre spaßig oh man lag ich falsch ja hätte ich auch mal gesagt ach da komm ich auch so hin ach da komm ich auch so hin ach da komm ich auch so hin das verstehe ich immer noch nicht warte was ist das Jagdhütte oh what wir lassen mal die jüngsten ran dich dich und dich und dich tierartwellen mittelgroße tiere fallentypwellen ja mittelgroße falde dann oder ich dachte dir hier geht einfach los und metzeln die weg oder so was bist denn du fuchs oder ein bunter fuchs wer hat ihn angemahlen oh die haben kleidung an also die jedenfalls der rennt immer noch lieber mit nem scheiß blatt rum ziehen sich wegen des aufkommen und nehmen das wärmer an ja deswegen steht der immer noch mit nem scheiß blatt rum aber wenn ich so stehen die gebäude jetzt dann fast lager voll funktionsfähig welches lager ah da hinten sehr gut sehr gut so man da kaktus er will ich schon mal einigermaßen gebäude was nicht so nach hüllen menschen ausschaut und gleich mal zwei rein du hast nichts zu tun du hast nichts zu tun warte mal haben die auch spezielle fähigkeiten einsiedler einfach rein da und hier knattert es schon wieder irgendwo was macht der ich frage mich ob jetzt ein ist das hier wie alles ändert einwohnheimplan den anzeigen kinder 2 kritisch depressiv warte mal kann ich denn nicht irgendwie schnell start verjüngung sehr gut nicht mehr der bricht naja ok der hat immer noch so ein ding drüber in der wahl sind wir glücklich stellt euch nicht so an ihr habt so arbeiten ihr Schweine erholung wir können ein lokales geschäft bauen hä glücklich ist eine glückliche zivilisation ist eine erfolgreiche wenn jeder nacken mit seinen breiten grinsen auf den gegnern ok dieses gebäude bringt sicherlich allen viel freude und gelächter irgendwo spackt doch hier ein elefant rum oder friedlich oder auch nicht wegen hohen alters im schlaf gestorben wir haben nicht aufgepasst vermutlich ist es das beste zu glauben das ist genau so passiert ist hier auch noch mal was hin kann ich das irgendwo mit rein setzen wahrscheinlich eher weniger ne komm lass ich mir das da irgendwo zwischen rein setzen hier ja da 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 gings grad nein 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 ja passt schon ach fuck you Zwei Nuggets! Was? Was ist jetzt los? Wo denn? Pause, Pause, Pause. Was sind die denn gestorben? Zeig mir doch das mal an ihr Asche! Kann ich nicht aufgrund der Tor? Ich meine Herzensfarben stehen aufgrund der Hohen Alters. Achso die sind so gestorben. Okay und wir rennen jetzt hier hin. Ich dachte schon die Wahl ist und eingefroren. Das heißt schon wieder Wassermangel. Kebel rutscht ins Leben. Was für eine Landung. Gebäude haben kein Wasser. Alter Scheiße. Der Winter macht mich fertig. Wasserflussstudie. Das müssen wir auch erforschen. Brunnenschacht, Schalung. Brunnenaufweg, Geschwindigkeit plus 5. Leder, Eimer, Wünschelrudel. Unser Hauptproblem? Holzverkleidete Reservoirs. Stell die Bauernlöcher hinzu. Zwei Schaffungen. Ja, Abkleidete Reservoirs. Macht das wie eine ordentliche Arbeit. Hm. Na ja, machen wir einfach mal. Zami und Hinema haben gerade eine Familie gegründet. Ja, ich weiß, dass die kein Wasser mehr haben, weil der ganze Scheiß gerade zufriert. Nö, ist der noch offen? Hä? Der ist immer noch depressiv. Lusche, Alter. Warte mal, priorisiert mal das da. Friseur? Hä? Wieso Friseur? Was ist das da? Cosmetik. Alles klar. Kann ich da noch irgendwann hinhauen? Ich würde gerne da unten irgendwo noch eins hinhauen. Da. Was ist das? Echsensüßigkeiten. Jetzt da, da. Und da eins. Was ist denn der letzte? Oh, verdammt. Uhuhuhuhu. Gebäude benötigt Reparatur. Alter, ich habe vergessen neue Instanz-Setzungsgebäude zu bauen. Uhuhuhu. Was ist das? Ingenieur. Alter. Alter Schwede. Alter Schwede. Nochmal, noch eine Drehung. So. Nuggets sind gestorben. Gebäude benötigt Reparatur. Was ist jetzt los? Auto speichern. Da fällt mir ein. Ahja, wir könnten auch mal speichern. Zack. Mir schläft gerade voll meine Hand ein irgendwie. So. Ähm. Was braucht man da noch? Ich habe das komplett verdrängt. Ne. Alter, das war ja. Boah. Das war jetzt echt dumm. Ein Krankenhaus sollte man da hinten auch mal hinsetzen. Damit ich nicht so weit lau... Oh. Ich und mal drehen. Cronk in house. So. Dann haben wir zwei Krankenhäuser. Was haben wir hier noch? Einen Friedhof. Einen Friedhof brauchen wir jetzt hier mal noch nicht. Ne. Ich meine später brauchen wir einen. Aber wie ich im hohen Alter brauchen wir jetzt da noch nicht dringend hin. Ah, das sollte ich vielleicht auch mal jemand zuweisen. Äh. Äh. Ja. Keine Ahnung. Du taugst wahrscheinlich. noch nicht. Jagdhütte. Fischu. Belfetsu. Ja genau wir machen jetzt ein Frauenteam machen wir jetzt draus. Nabohu. Tierartwellen. Kleine Tiere. Fallentypwellen. Kleine. Keine Ahnung. Hier. Fällt leicht ein bisschen die Musik oder? Oh, das ist brüchig. Ingenieur. Steine, Steine, Steine. Ohja. Ich muss das erst auswählen. Tele-Chinese. Ein Tele-Chinese. Hallo? Oh. Warte. Ja ist schon. Ich drück doch erst der G. Was soll der Scheiß? Dann machen wir es halt so. Hä? Dann klauen wir es halt von da drüben. Hat er den jetzt bekommen? Nein, natürlich nicht. Der liegt jetzt hier mitten im Weg. Da geh mal schön hin ey, dass ich dann wieder daneben schweiß. Vor allem ich hab Schiss, dass ich einen von denen abmurks. Wenn ich es nicht dringend brauchen würde, dann würde ich es einfach so bauen lassen. Was fehlt dem da? Steine. Ich seh schon. Ihr seid so blöd, Steine zu holen. Baue ich mehr Wasserpumpen. Hat er jetzt genug? Ne, eins fehlt noch. Ja, dann baue ich halt noch mehr Wasserpumpen. Der da. Steine. Ich verbrauche gerade mal die komplette Göttlichkeit. Hä? Warum bewegt sich das manchmal? Letzte. Stein. Stein. Äh, Stein. Achtung, Steinbomberebo. Boah. Kann ich den jetzt nehmen? Warum kann ich den denn nehmen? So, haben wir noch irgendwo Stein. Ja. Oh, der hat alle Steine. Wow. Uff. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Wasserräder am 6. Ach, ich kann das so wegschleudern. Gut zu wissen. foundation. Fine. Bye. Wrap mir. 待